Der Primus unter den Geschäftswagen ist seit Jahren unbestritten der Audi A6. Sehr gerne auch in der praktischen Kombi-Version, die im Falle des Audis auf den Namen Avant hört. Nicht nur das Laderaumvolumen von 565 bis 1680 Liter beim zukünftigen Modell sind die ausschlaggebenden Argumente, sondern die solide Verarbeitung, die hohe Ausstattung und das Antriebskonzept bzw. die vielfältigen Antriebsalternativen. Dass auch die zukünftige neue Modellgeneration weiter den Spitzplatz einnimmt, sorgen die umfangreiche Assistenzsysteme bzw. die generelle Einführung einer sparsamen Mild-Hybrid-Technologie. Damit die ganzen nebeneinanderführenden Funktionen der Assistenzsysteme fehlerfrei und als Entlastung des Fahrers fungieren, verarbeitet die zentrale Fehlerassistenz-Steuereinheit die Daten von bis zu 5 Radsensoren, 5 Kameras, 12 Ultraschallsensoren und eines Leserscanners.